Hey, bist du am Bewerbungs-Schreiben? Nein, ich mache das Motivations-Schreiben. Und was ist daran der Unterschied? In einem Bewerbungs-Schreiben nimmst du Bezug auf die Firma und auf die Lehrstelle. Du bewerbst dich mit dem Schreiben und teilst es auch mit. Im Motivations-Schreiben nimmst du Bezug auf den Lehrberuf. Du erklärst dem Lehrbetrieb ausführlich deine Motivation zu dieser Ausbildung. Das Bewerbungs-Schreiben ist der Begleitbrief zu deiner kompletten Bewerbung. Das heisst, du formatierst es auch genau wie ein Brief. Die Empfänger- und Absenderadresse kommen drauf, die Anred- und Verabschiedung. Am Schluss führst du auch noch die Beilagen, auf die auf der nächsten Seite kommen. Motivations-Schreiben schilderst du genau, wieso du den Beruf erlernen möchtest. Dabei nimmst du ausführlich Bezug auf deine Hobbys, Fähigkeiten, Eigenschaften und so weiter. Ja, das Bewerbungs-Schreiben gehört in jede Bewerbung. Nein, das Motivations-Schreiben ist ein separates zusätzliches Dokument. Das Motivations-Schreiben wird von der Firma verlangt, wenn sie das möchten. Schau, ich habe jetzt ein Bewerbungs-Schreiben und ein Motivations-Schreiben gemacht. Cool, ich glaube, es ist gut mal. Das Motivations-Schreiben. Das Motivations-Schreiben. Das Motivations-Schreiben. Das Motivations-Schreiben. Das Motivations-Schreiben. Vielen Dank.